Das ist nicht seine Art. Das ist nicht seine Art. Das ist nicht seine Art. Hörst du dazu, oder was? Hörst du dazu? Seid ihr auch Feinde der Demokratie? Wir demonstrieren für Grundrechte, für Menschenrechte, gegen eine Pharma-Mafia, gegen Großkonzerne, die Deutschland verraten haben. Ihr denkt, ihr seid Antifaschisten? Das Einzige, was ihr macht, ihr seid Faschisten. Und werden eure Namen finden. Und dann gucken wir mal weiter. Und wer bist du? Machst du auch Welle, ja? Ich mach keine Welle. Abschlug. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Ich weiß ganz genau, wer ihr alle seid hier. Ihr ganz vermummten Leute. Ihr kleinen Internet-Gangster. Ihr kleinen Tastatur-Gangster. Ihr kleinen Hacker. Können Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Ja. Deine Damenbinde, die du in der Fresse hast. Von welcher Plattform bist du denn? Von Antifa? Von Enormous Germany, die auch Antifa sind? Hast du Fragen mit deinem Fisch-T-Shirt? Was für ein Medium in deinem Fässer? Ja. Ich kann mal deinem Fässer ausbrechen. Name, Medium. Können Sie mal bitte ein Fässer ausbrechen? Können Sie mal bitte ein Fässer ausbrechen? Können Sie mal bitte ein Fässer ausbrechen? Darf man Sie interviewen? Also Sie stehen ja hier auf einer Demonstration. Wenn Sie auf einer Demonstration sind, darf man Sie natürlich auch interviewen. Können Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Ja, Demonstranten, ich bin ja Journalist, ich brauche keine Abstände einhalten. Also, was machen Sie denn hier? Können Sie bitte ein bisschen Abstand halten? Sind Sie hier von wegen zu wegen sind hier engagiert worden? Können Sie bitte ein bisschen... Hey, hallo! Du mischst dich auf. Wir machen noch Film. Wir machen noch Film. Wir interviewen einfach. Können Sie ein bisschen mehr Beamten hinzuziehen? Oh, haben Sie Angst? Brauchen Sie Beamten? Wer bist du denn? Können Sie bitte ein bisschen mehr Beamten hinzuziehen? Ja, das sind Sie vom Staat.